So, Coruscant Eroberung, na super. Scheiße, ich hab gar nichts auf Endor gehostet. Mir fehlt die Jagd auf Mos Eili, muss ich sagen. Mir fehlt die Jagd auf Mos Eili. Haha, das können wir ja gleich noch, äh, nachher noch so machen. Ja, wahrscheinlich muss ich nachher erstmal was rendern. So, darf ich ihn jetzt hinzufügen, oder? Äh, ja, warte mal, können wir, können wir uns so gerne machen, warte. So, ich mach eben kurz ganz kleinen Schnitt und... Naja, so, das war jetzt hier mal so der kleine Schnitt. Äh, ja, der ein bisschen länger war. Leute, ihr wart 5 Minuten nicht dabei. Ich hab's denen gesagt, er soll weiter aufnehmen. Ja, du wolltest doch immer die ganzen Typen, wollt noch alle in Skype rein und sowas und bla. Ich hab da erstmal einfach gesagt, warte ich erstmal. Ja, warte ich erstmal. Ja. Achtung, hinter dir sind sie. Wir müssen unbedingt einen KP einnehmen. Möchten wir das? Ich schreib immer mit dir, was? Kann nicht sein. Achtung, oben sind sie zu zweit. Das kann nicht sein. Ich schreib mir niemandem mit Skype. Achtung, die sind da direkt beide bei dir. Möchten wir das unter feindlicher Kontrolle. So, ich komme auf. Und hoppa. Oh, Nelius kommt da auf, Nelius kommt da auf. Alter. Du bist der Einzige, der da fast überlebt hat. Aber der kann auch nichts außer seinen Granatwerfer. Mehr kann er nicht. So, wir sind alle tot. Äh, ja. Was kommen jetzt? Achso, Nelius soll ins Skype und dann kommen. Ich versteck mich hier mal einmal ganz schnell. Scheiße, die Typen haben mich gesehen. Obst, entschuldigt, dass ich gerade eben übersteuert habe, aber es musste eben sein. Oh, ich komme zu dir hoch, ich komme zu dir hoch. Ich werde starten, ich werde starten, ich werde starten. Ich blankiere sie. Oh, oh, ich werde dich. Oh, oh. Alter. Wie kann man die denn so schnell hintereinander schießen? Ja, tun zwei Dinge. Na ja, komm, wir spawnen gleich eh wieder da an derselben Stelle. So, ich gehe da mal ganz schnell wieder hoch, schleife ich da hoch. Und dann müsste ich den Typen hier gleich irgendwann... Da sind sie wieder zu zweit. Scheiße, die machen mich hier platt. Oder eine so eine blöde Noob-Truppe auf der anderen Seite ist, die mich abballert. Alter, du blöde Noob-Truppe, geh nach Hause. Huah, ab ins Kreuzfeuer. Naja, beim Kreuz ist es am sichersten. Ich glaube, gerade extrem knapp. Stirb. Hey, hängst du wieder bei mir? Nee, Nihil, es hängt bei mir. Echt? Ja. Ja, ich komme gleich. Wir haben die Kontrolle über den Konto-Porten verloren. Hi. Hey. Brauchst du Lebenspunkte, Munition oder sowas? Nö. Äh. Ich brauche Kills, ich brauche Punkte. Höh, mit Schaut. Was ist denn, ich bin schräg? Ich heiße den Skype nicht, denn... Unkretruppe wird dezimiert. Ja. Das ist ja das einzige, was ich noch gemacht habe, um mich zu lassen, bis zum Wort hast. Sagen 1. Sagen 1. Sagen 1. Sagen 1. mein Skype-Sachen gebe ich eigentlich nur extrem wenigen. Ich glaube, du warst bisher der einzige neben den Leuten, die ich persönlich alle kenne. Hallo! Ja, das ist kein Grund! Hat man auch sowas mal von Privatleben gehört? Was hab ich denn da bekommen? Hey! Niederlage! Komm, ich will mich in die Luft jagen. Ach, geht nicht mehr, schade. Naja, komm, wir hängen mit 2 gegen 4, das ist ja toll. Oder hängst du irgendwo ganz weit unten? Ich hänge ganz weit unten. Ach so gut, naja, dann bis zur nächsten Map.